Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, liebe Freunde der Berlin-Brettspiel-Con, wir sitzen hier schon wieder und ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hatten wir vor kurzem erst verkündet, dass wir versuchen wollten, die Berlin-Con in kleinem Maßstab doch stattfinden zu lassen im Dezember, trotz der Absage vieler großer Verlage. Jetzt muss man sagen, seitdem, ja, entweder war das Timing jetzt besonders gut oder besonders schlecht, das hängt so ein bisschen von der Perspektive ab, auf jeden Fall, als wir die Entscheidung so entwickelt hatten oder diese Idee, da sah die Welt tatsächlich auch nochmal ein bisschen anders aus, das war zu einer Zeit, wo die Zahlen noch relativ stabil waren, irgendwie hatte man das Gefühl, man kann einfach mit den gegebenen Umständen, mit Masken, mit Abstand, einfach mit dem Umsetzen von guten Maßnahmen kann man irgendwie mit umgehen, wie ihr selber mitgekriegt habt, sieht es jetzt aktuell leider anders aus, es werden wieder viele neue Regeln aufgestellt, Beherbergungsverbote, Risikogebiete mitten in Berlin und so weiter. Dazu kommt, ja, ihr habt natürlich auch, als wir dann das verkündet haben, auch entsprechend in den Kommentaren viele Sorgen und viele Einwände formuliert, die wir natürlich auch nachvollziehen können. Und, ja, wir haben dann auch recht schnell reagiert, haben gesagt, das, was wir da angekündigt haben, nämlich, dass jetzt man die Tickets für den Dezember umtauschen kann und so weiter. Das konnten wir ja noch stoppen, also nicht wundern, da gibt es keine Mail, falls ihr das nicht mitbekommen habt, wir hatten noch ein bisschen kommentiert, wartet ihr da immer noch auf eine E-Mail von Ticketpay? Nein, die wird es so in der Form erstmal nicht geben. Genau, die wird es nicht geben. Und, ja, wie ihr euch vorstellen könnt, das Ganze haben wir ja auch nicht forcieren wollen, auf Teufel komm raus, nur weil wir unbedingt das machen wollen, sondern einfach, weil wir natürlich auch hier als kleine Firma irgendwie so einen Weg versucht haben zu finden, ja, aus der ganzen Sache irgendwie rauszukommen und irgendwie sozusagen einfach die Sache zu überleben. Aber es bringt auch nichts, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, das ist uns auch klar. Und aus der jetzigen, in der jetzigen Lage müssen wir einfach festhalten, dass die Durchführung im Dezember keinen Sinn macht, jedenfalls nicht aus unserer Perspektive. Und so schwer die Entscheidung auch fällt und, ja, auch was das dann für Konsequenzen auch haben könnte, sind wir jetzt der Meinung, dass wir es absagen müssen und das wollen wir hiermit auch tun. Das heißt also, Dezember in der Form oder eine Berlin-Con wird es nicht geben, 2020. Das tut uns wirklich sehr, sehr leid. Und wir wollen jetzt auch hier auch nur so ein kleines, dieses einfach, das relativ kurz halten und einfach nur, damit ihr diese Sicherheit habt, auch dass ihr selber reagieren könnt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Hotels gebucht habt oder einfach so eure Planung jetzt da rumherum gestrickt habt, dass ihr da auf jeden Fall schon mal gucken könnt, dass ihr eure Hotels irgendwie storniert bekommt. Und so weiter. Und euch erstmal darauf einstellt, was dann jetzt passiert mit der Berlin-Con, ist ein ganz anderes Thema. Da werden wir uns auch demnächst dann auch nochmal melden. Klar ist, dass die Situation schwierig ist. Das habt ihr sicherlich jetzt auch schon verstanden. Wir sind halt eine kleine Firma, waren noch sehr im Aufbau. Auch letztes Jahr haben wir noch viel investiert, waren zum ersten Mal in der Station, könnt ihr euch vorstellen. Das hat auch noch mehr Geld gekostet, als es eingebracht hat. Und jetzt sozusagen im Anschluss dann gleich dieses schwere Jahr obendrauf zu kriegen, das ist natürlich für uns schon dramatisch, muss man einfach sagen. Wir haben viel konzeptioniert in diesem Jahr, wirklich auch viel Energie gelassen und haben natürlich immer geguckt, wie sehen die aktuellen Maßnahmen aus, was kann man machen. Wir wollten, wie du ja schon gesagt hast, nicht einfach da was übers Knie brechen, sondern wir wollten natürlich gucken. Es gibt bestimmte Regularien, die wurden sich ja auch nicht einfach nur so ausgedacht, aber was kann man vielleicht in diesen Regularien noch machen. Und deswegen haben wir natürlich auch nicht aufgegeben. Es gab ja kein allgemeines Verbot. Wir haben gedacht, diese tausend Personen, wir sind quasi noch so klein, so klein im Gegensatz zu anderen, viel, viel größere Veranstaltungen. Wir können vielleicht was machen, aber ja, im Endeffekt soll es halt doch nicht sein. Das sehen wir natürlich genauso auch wie viele von euch da. Bloß wir müssen gucken, wie können wir da überleben. Tja, da sind wir sehr gespannt. Wir regulieren natürlich selber auch schon nach. Wir haben natürlich auch immer noch Plan B und C auch irgendwie gehabt. Andreas und ich, wir müssen natürlich irgendwie finanziert werden. Wir haben jetzt auch schon in Kooperation quasi mit Hunter & Cron mehr Videocontent erstellt, jetzt auch im Zuge der Spiel digital. Also vielleicht auch da nicht wundern oder wenn jetzt mehr so Paid Content auf Hunter & Cron kommt, wo ich denn auch zum Beispiel mit drin bin oder so. Das sind auch Produktionsbudgets, die die BerlinCon bekommt. Aber das reicht natürlich lang noch nicht aus. Also das ist im Prinzip so was, wir versuchen uns da sozusagen ein bisschen über Wasser zu halten, so ein bisschen kostendeckend zu arbeiten. Aber den tatsächlichen Jahresverlust, den wir jetzt sozusagen dadurch einfahren, notgedrungen, den können wir dadurch auf gar keinen Fall ausgleichen. Und das wirft halt für uns die Frage auf, wie können wir jetzt nächstes Jahr weitermachen. Klar ist natürlich, es soll natürlich im Sommer nächsten Jahres die BerlinCon geben. Wir sind da auch Optimisten genug, dass wir sagen, spätestens nächsten Sommer wird sicherlich, vielleicht auch unter Einschränkungen, aber in irgendeiner Form denke ich, dass wir da wieder was machen können. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall möglich machen. Es sieht momentan so aus, dass wir dafür Unterstützung brauchen zusätzlich, zusätzlich, um einfach irgendwie auch die Vorkosten und das alles tragen zu können. Da gab es auch schon viele Vorschläge und auch sozusagen Angebote von der Community und auch von Verlagsseite teilweise. Und das ist ganz, ganz toll. Das freut uns sehr und das motiviert uns da jetzt zu überlegen, wie können wir was machen. Da werden wir uns in den nächsten Wochen dann nochmal melden. Es sieht momentan einfach so aus, dass wir wahrscheinlich so eine Art Unterstützerkampagne uns ausdenken. Die Frage ist natürlich auch, was passiert mit den Tickets. Prinzipiell ist klar, wenn ihr Tickets für Dezember gekauft habt, dann sollten die natürlich dann auch als Gutschein für das nächste Jahr gelten. Vereinzelt wurde auch schon gesagt, ich würde mein Ticket auch spenden und dann Neues kaufen. Wir gucken sicherlich, dass sowas auch möglich ist. Aber wie gesagt, wir gucken auch, dass wir dann nochmal eine richtige, für sich stehende Unterstützerkampagne uns ausdenken. Ja, weil wir hoffen natürlich, dass wir mit eurer Hilfe nächstes Jahr wieder eine richtige BerlinCon haben können. Ja, wir haben da viel rein investiert. Es wäre sehr schade, wenn das sozusagen in der Form einfach Corona zum Opfer fallen würde. Es wäre wirklich traurig. Ja, aber trotzdem, wir halten hier die Stellung natürlich für euch. Einfach ein bisschen Geduld, was jetzt mit den Tickets angeht, also uns nicht mit E-Mails bombardieren. Wir müssen jetzt einfach kurz noch uns besinnen. Aber ich denke, spätestens so Anfang November wird es dann neue Infos geben, wie das aussieht, wie die Tickets umgetauscht werden können, wie ihr uns möglicherweise unterstützen könnt. Und wenn ihr Ideen habt, dann könnt ihr uns natürlich auch einfach gerne hier kommentieren. Ihr könnt euch auch eine E-Mail schreiben über das Kontaktformular. Dann sind wir auf jeden Fall offen für Ideen. Das hilft uns auch so ein bisschen, motiviert uns auch, über neue Sachen nachzudenken. Und ja, dann hoffen wir trotz alledem, trotz allem, dass wir uns irgendwann demnächst wieder zusammen zum Spielen treffen können. Ja, in dem Sinne. Bleibt gesund. Genau, bleibt gesund. Schaltet ein. Viele tolle Hinweise, wie wir was machen können. Da freue ich mich schon drauf von euch dann. Bis dahin. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschau.